die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschönen meine sehnlosen fallstückchen ja der würfel hat entschieden cinema simulator 2025 die demo wir haben 2024 ich bin verwirrt wir gehen rein ich switch meine kamera so hier ist der berühmte handkantenschlag haben zu das ambiente drücke den schildern zu interagieren ok name eingeben folgt mir doch auf twitch her seelenlos so hebe den müll auf interagieren mit dem computer und kaufe eine filmlizenz das sind so das geht das spiel ist gut schon wieder chat gesagt ihr wisst was ich meine vor dem modus bruder so eine filmlizenz ok ja 550 da bleibt uns wohl nur die kategorie action mit dem maximum pain so gehen wir verwalten und öffnen sie in dem film kann dann platzieren sie drei filme ja wohl also einmal am morgen so öffnen sie die preise app preis festlegen marktpreis 17 50 wir waren für 20 weil wir sind besseres so wenn ein kunde ankommt interagieren sie mit der kasse ok machen wir habe ich keinen mob so so oh hä morgen ja warte mal 7 uhr hier super ich habe 3d 9m reihe d bitteschön zwar fast so 9m bei a passt ich muss zum projektor gehen und die anstellen morgen naja lassen wir das mal an dem soundproblem arbeiten wir noch sehr ja viel spaß mit dem film das dauert ein bisschen länger was war das 3a danke fürs einmal c7 ja 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 hier vielen dank werden sie uns bald wieder einmal c auch welche uhrzeit 3 ok 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 bitteschön 20 tacken fertig einmal reihe a um 3 bitteschön wechsel geht 30 bitteschön machen sie es gut dass mir tickets für den film verkauft die angefangen hat ist ja nicht mein problem muss man ein bisschen selber darauf achten was ist hier mit dir falsch so reihe a 3pm bitteschön bei a 7pm vielen dank viel spaß bei a 7pm bitteschön der wollte alle den karten aber okay machen wir rückgeld 80 20 40 60 80 bitteschön machen sie es gut guten morgen frau carsten stahl Was war das? Scheiße, 3 PM C Das ist ja voll stressig Hallo Boah, auch die Musik ist gut, ne? Also ich hab die hinterlegt, aber Alter, das ist ja Vom Spiel konntest du die nicht nehmen Deswegen 3 PM D Sehr gerne, Melle Vielen Dank, 80 Euro zurück Bye, bye Morgen, Herr Weihnachtsmann Reihe D, 3 PM Da haben wir sogar noch Platz Da haben sie Glück So, einmal 20 bitte Danke, machen sie es gut 3 PM B Ist abwechslungsreich, das geht Ich merke das schon Okay Und Nummer 20 bitte Und wenn wir haben sie angesammelt Sie können sie auf ihrem Computer überprüfen Ja, wenn ich hier rauskomme Danke Mitarbeiter Warte mal Oh nein Techniken, komm Scheiß drauf Verwaltung Kommentare Kein Popcorn, keine Getränke Neu trockener Film Es gibt keinen Sitzplatz Wir mussten stehen Ja, okay Alles klar Kein Problem Die Filme, die gestartet werden müssen Ja Welcher denn Dann scheint der hier Achso, er macht es dann Die Techniken macht das Sehr gut Ein Kassierer wäre geil Aber das geht mir auf den Sack So Oh, sorry Hallo, guten Tag Einmal Reihe A 3 PM Ja, kein Problem Bitteschön Ja, kein Problem Was ist das für ein Geräusch? Moment So Alter 7 PMD Viel Spaß Was war das? 7 PMC Viel Spaß Bären sie uns bald wieder Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist Da kommen Nervig Was war das? 7 PMD Haben wir drin Haben wir drin 80 zurück 24, 80 Ciao Ah, da bist du ja wieder Was gefällt dir hier 7 PMD 20 Tacken Macht das bitte 7 PMD Ja So Die Reihe ist aber leider jetzt auf voll So Ja Ich bin der letzte glücklicher 7 PMD Und 7 PMC Was ist das für ein Geräusch? Ich muss mal eben weg Hier stimmt doch irgendwann nicht, oder? Wow, was passiert hier Das ist ja wirklich genial Das geben Also Also Hallo Ja, dann Vielleicht nicht 7 PMD Jawohl Bitteschön Ja, der hat auch angefangen Kannst du, musst halt Wenn du zu spät kommst Kann ich doch nichts dafür Du Penner Aber wieso piept das hier? Ah, wieso piept das hier? Macht doch gar keinen Sinn So, wo ist jetzt so ein Cleaner? Da hab ich keinen Bock drauf Bewertung Ah, ähm, äh Ne Ne Im Saal herrschte Chaos Und es gab keine Intervention Ja Ich check dieses Geräusch einfach auch nicht Wie ist denn der Film so, Leute? Hm? Ja, ist gut Also Ich würde den auch gucken, wie es scheint Perfekt Okay, wir haben halt auch nur Diesen einen Raum, ne? Das nervt ja übelst, Digga Handkantenschlag So, was kann ich denn hier noch machen? Hm 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 Guck mal, gibt's den Wartebereich Snack-Bereich? Das wär wild, ne? Hm 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 So, und jetzt? Jetzt sitze ich hier rum und warte Ja Okay So ist das halt als Leben Achso, Enter to end the day Wie lange steht das da schon? Habt das mal in die Kommentare? Ich hab's nicht mitbekommen Ja, wir haben einen Namen gemacht Das ist gut Und äh, ich würd's sagen, das reicht auch einfach schon für den Ersteindruck Lasst mir doch gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch, wenn ihr wollt Und besucht mich gerne auf Twitch Twitch.tv Da geht's nämlich auch immer ab Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal